Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute möchte ich mit euch ein kleines Rätsel machen. Ich schreibe euch mehrere Funktionen auf, okay, und ihr müsst mir sagen, was diese Funktionen eigentlich für einen Typ haben, okay. Das heißt, ich werde jetzt hier tatsächlich nur normale Werte reinschreiben. Ich werde natürlich nicht die Funktion definieren, sondern ich werde nur den Code der Funktion schreiben, okay. Das heißt, wir haben hier quasi ein Fun My Function, ja, und das sollt ihr jetzt quasi hier sagen, was das sein könnte für einen Typ, also was für Parameter bekomme ich und was kriege ich denn hier eigentlich raus. So, einfach wird es folgendermaßen, wir haben einfach nur A plus B, so, wobei, so einfach ist das auch nicht. Jetzt, was könnte das für ein Typ sein? Das ist quasi mein Return A plus B. Okay, einmal kurz drüber nachdenken, was das alles sein könnte. Es gibt mehrere Lösungen hier. So, und zwar haben wir hier einmal nämlich natürlich A vom Typ Int, B vom Typ Int und wir geben ein Int zurück, das heißt Doppelpunkt Int. Das sollte man eigentlich anders schreiben. So, das wäre eine gültige Lösung gewesen, aber Achtung, Double, Double und Double funktioniert hier genauso. Auf der anderen Seite funktioniert aber auch sowas wie Double, Float, Double, ja. Also es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es geht auch Float, Float und Float. Das ist auch absolut möglich. Also solche verschiedenen Lösungen sind durchaus valide. Jetzt Achtung, das war aber noch lange nicht alles. Was passiert denn, wenn ich einfach nur Print A plus B mache? Was haben wir dann für einen Funktionstypen? Nun, also nehmen wir einfach mal an, dass hier dieses Float, Float stimmt. Nun, dann haben wir hier gar keinen Funktionstyp und gar kein Funktionstyp muss auch angegeben werden quasi. Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach sage, hey, ich will hier gar nichts zurückgeben, ja, was passiert denn dann? Dann haben wir hier irgendwie echt ein Problem, ne? Weil offensichtlich gibt das dann hier einen Fehler. Irgendwas muss ich hier als Return Wert angeben. Und dann ist der Return Type hier einfach nur, ups, einfach nur Unit. So, das funktioniert auch. In diesem Fall hier macht das natürlich keinen Sinn. Das funktioniert so gar nicht. Dann müssen wir den Int wieder reinpacken. Und jetzt hat sich gerade leider irgendwie scheinbar die Autokorrektur hier ein bisschen aufgehängt, weil... Ihr kennt das Gefühl. Okay, wir gehen weiter. Was passiert denn, wenn ich sogar gar keine Typen habe? Aber ich gebe hier zum Beispiel irgendwie... Ne, was will ich hier zurückgeben, sage ich euch gar nicht. Wir geben hier einfach nur Return42 zurück, ja? Was ist denn dann der Funktionstyp? Pausiert mich, wie gesagt, immer ganz gerne, wenn ihr ein bisschen denken müsst. Kleiner Tipp. Das kann man auch angeben bei einer Lambda-Funktion. Und es geht einfach folgendermaßen. Ihr habt keine Parameter, aber dafür habt ihr hier einen Int als Return-Typ. Das heißt, ihr habt hier quasi leere Klammern. Die muss man angeben, diese leeren Klammern. Kein Parameter, leere Klammer. Und jetzt funktioniert es. Ich habe da aus Versehen der Zeichen reingemacht. Und dann haben wir hier diesen Int eben zum Beispiel. Wenn ich gar nichts zurückgebe, dann habe ich hier sogar die Units. Das heißt, da ist überhaupt nichts, was zurückgegeben wird, okay? Und das bedeutet im Endeffekt keine Parameter, keine Rückgabe oder kein Rückgabetyp. Das ist dieser Typ hier. Der sieht sehr, sehr seltsam aus. Da ist man mit sowas hier durchaus vertraut. Habe ich hier einen Bodenstrich reingeschrieben? Oh ja, deswegen hat das komplett kaputt gemacht alles. Okay. Ja. Und das ist im Endeffekt der Typ hierfür. Also Klammer, Klammer zu Int in dem Fall. Beziehungsweise, wenn wir gar nichts zurückgeben, einfach nur zu Unit. So, und jetzt wird es faszinierend schwer für euch. Ähm, ich will von euch wissen, was passiert denn, wenn ich das hier zurückgebe? So, zwei Klammern drumrum und dann gebe ich zurück. Ups. A plus B. So. So meine ich das natürlich. Also wir haben hier einmal A vom Typ Int, B vom Typ Int, gibt A plus B zurück. Und ich will jetzt nicht wissen, was diese Funktion hier von euch für eine Signatur hat. Das ist relativ einfach. Ich möchte wissen, was MyFunk für eine Signatur hat. Das heißt, was das Ding hier eigentlich für einen Typ hat. Also die ganze Funktion MyFunk. So. Da müsst ihr jetzt ein bisschen nachdenken. Und das ist so der schwierigste Typ, den ich mir gerade so ausdenken konnte. Ähm, da einmal kurz in euch gehen. Und ich sag's euch jetzt. Das heißt, bitte pausiert mich kurz. MyFunk hat erstmal keine Parameter. Ja, da kommt nichts rein. Falls da jetzt auch noch irgendwie eine Funktion oder sowas reinkommt, müsst ihr die da auch angeben. Okay. Aber keine Parameter bedeutet erstmal leere Klammern. Und dann machen wir hier diesen Pfeil. Das ist quasi das, was wir jetzt zurückgeben. Was geben wir denn zurück? Nun, wir geben zurück eine Funktion. Und das bedeutet, wir bekommen hier eine Funktion auch raus. So. Jetzt wird es spaßig. Jetzt haben wir hier nämlich zwei Parameter. Und zwar einmal haben wir Int und Int. Und das bildet wiederum auf Int ab. Weil das Ergebnis A plus B ist ja ein Int. Das heißt, das ist der Funktionstyp von MyFunc. Oder MyFunction. Ähm, und das ist quasi keine Parameter. Und dann eine Funktion als Rückgabewert, die wiederum zwei Integer nimmt und einen zurückgibt. So. Und ich glaube, ja, das ist, ähm, nicht ganz so offensichtlich. Und ja, ich habe das natürlich extra hier nicht hinten dran geschrieben, weil ich weiß, dass ihr sonst da einfach geguckt hättet. Das soll natürlich nicht sein. So. Wenn ich das nämlich hier hinten dran schreibe, dann sehen wir hier, aha, gar kein Problem. Und, ähm, ja, ich kann hier einfach so ein, so eine Lambda-Funktion zurückgeben aus einer Funktion. Überhaupt kein Thema. Das Ding ist, ich muss es angeben. Denn Return-Typen muss man immer angeben. Und deswegen müsst ihr das auch angeben. Und in dem Fall ist jetzt MyFunc auch wieder eine Higher Order Function, die aber keine Parameter nimmt. Oder keine Funktion als Parameter nimmt. Sondern eine Funktion als Parameter zurückgibt. Okay. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine recht schwere Übung, muss ich sagen. Also, denke ich zumindest mal. Aber, ähm, ich glaube, ihr habt das verinnerlicht. Übt das vielleicht noch ein bisschen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.